Hallo aus Frankfurt vom Nintendo-Event. Yay! Schaut euch mal dieses Riesengebäude an. Oh mein Gott! Und da gehen wir jetzt rein und schauen, was es so Neues gibt. Und wir nehmen euch natürlich auf jeden Fall mit. Und ich weiß, dass auch noch ganz viele andere tolle YouTuber da sein werden. Lasst euch mal überraschen. Und die Nina kommt auch gerade an. Hi Nina! Bis gleich! Nina, immer wenn ich filme, guckst du weg. Ich muss doch jetzt wohnen, ich muss doch mal mit Essen machen. So, wir sind jetzt hier. Und schaut mal, das sieht jetzt so aus. Und jetzt starten wir mit dem Trailer. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall sieht das voll schick aus, oder? Guckt mal. Oh mein Gott! Hallo? Achso, ist ja gar kein Handy. Ups. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt hier hinten gleich los. Der Lassie, der zockt schon fleißig. Ich habe es mir auch schon angeguckt, das neue Spiel. Und es ist so, so cool. Vor allen Dingen ist es cool, mal hier zu sein. Ich kann euch später mal kurz rumfüllen, damit ihr das mal seht. Und das Spiel, das wird es dann auch ab nächster Woche geben. Ganz neu. Und wir sind alle irgendwie total fasziniert. Ne, Lassie? Ja. Ja, richtig geil. Okay, ich führe euch mal kurz rum, damit ihr das hier seht. Und dann sehen wir uns dann später nochmal. So, also, da kommt mal mit. Hier ist so eine Chill-Out-Area. Da hinten ist Tischkicker. Hier gibt es ganz viele Sitzmöglichkeiten. Ah, leider ist das Licht jetzt nicht so gut. Wir drehen uns nochmal rum. Und da hinten kann man dann zocken. Sorry, ich habe ein Bonbon im Mund. Und ja, da hinten zocken alle. Und da vorne ist nochmal so eine Art Küche. Ich denke, das ist halt auch einfach der Aufenthaltsraum hier mit Sicherheit. Der Mitarbeiter. Und wir sind hier. Da ist ein Batman. Ich glaube, im 13. Stock. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber ich kann dann später nochmal fragen. Und hier hinten ist mein Luki. Luki. Hi, Schatz. Komm mal her, mein Schatz. Er rennt im Batman hinterher. Und wie findest du? Gut. Mein Luki findet es richtig gut. Und er hat hier auch so einen Besucher-Ausweis. Ja, und da hinten? Was haben wir da hinten? Hast du schon geguckt? Ja, das ist der Shop. Ach, das ist der Shop? Ja. Okay, schaut. Da ist der Shop. So sieht es auch aus. Und da hinten ist noch eine Ecke, die wollte ich euch auch noch kurz zeigen. Da gehen wir jetzt auch nochmal kurz hin. Da ist jetzt die Küche. Da ist der Luki. Und der Lassie ist auch da. Lassie. Ja. Und wie fandest du das neue Spiel? Gut. Richtig gut, ne? Ja. Lassie hat auch hier so einen Besucher-Ausweis-Teil. Gucken wir mal, was die anderen machen. Ich habe ein T-Shirt bekommen. Schaut mal. Mit dem Pilz drauf. Ist das nicht cool? Also es haben alle bekommen. Nicht nur ich. Und ich bin jetzt so begeistert. Leute, hallo Glitzer. Wem gefällt es nicht? Und der Pilz ist doch richtig cool. Ich bin begeistert. Leute, über sowas freue ich mich so riesig. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Echt? Alle so. Okay. Ich finde es geil. Okay. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Die Kinder kriegen auch was. Wie cool. Wie geil. Lassie, ich möchte den auch mal aufsetzen. Hey, das Licht ist so scheiße. Zack. Oh nein, er passt mir nicht. Okay. Ja, so. Warte. Lassen wir es so. Du, das ist total cool. Wir können so als Gang irgendwie rausgehen. Ja, wir sind die Mario-Gang. Wie, was hier ist, ja? Willst du auch so gerne hören? Ja, warte. Es tut mir leid, dann musst du leider erst eine Mutprobe machen. Eine Mut- oder Hutprobe? Was haben wir für eine Mutprobe für Sie? Also Steffi musste einen Kopfstand machen und ein Glas trinken. Ja, Cola. Das kriege ich. Und Mentos im Mund nehmen. Unsere Steffi, Mama-Ko-Beauty. Hallo Steffi. Hallo Steffi. Was muss sie machen? Das sind meine Mädchen. Ich finde, sie muss rauslaufen mit der Mütze. Und draußen auf der Straße rufen. Nee, Sie me. Mario. Das kriege ich noch. Und dann muss sie irgendein Baum oder so die Mütze überwenden. Aber werfen darf ich sie nicht. Sie ist ja nicht mir. Ja, gut, das stimmt. Aber ich kann sie tragen. Aber dann würdest du dazugehören. Möchtest du? Ja, ich möchte. Sie will zu unserer Gang gehören. Dann gehört sie jetzt zu Gang. Yeah, yo. Yes, yes. Feier. So, Heidi. So, Heidi. Was muss man da machen? Du hast es gewonnen. Yeah. Du hast es getriggst. Keine Ahnung. Du hast es getriggst. Ich dachte, ich fand... Glück. Glück. Leute, ich habe gewonnen, obwohl ich mein Plan habe. Score, score, Leute. Ich habe gewonnen. Ich habe in den Boden geschossen. Keine Ahnung, was ich gemacht habe, aber ich habe gewonnen. Ich habe ihn abgezogen. Yay. So sieht das jetzt hier aus. Da ist so eine Vitrine. Und da sind richtig coole Sachen drin. Vom ganz alten Nintendo. Schaut mal. Den hier hatte ich. Oh mein Gott. Und da war ich so stolz. Ich war so stolz. Und ich war so glücklich, als mir den meine Eltern geschenkt haben. Oh mein Gott. Das habe ich voll gefeiert, ne? Und ja, dann ging es weiter. Das haben dann so meine Kinder. Und das kennen natürlich meine Kinder. Das haben meine Kinder auch irgendwann mal bekommen zu Weihnachten. Und die Wii haben sie mal bekommen zu Weihnachten. Ja, so sieht das jetzt aus, ne? Was für ein Unterschied. Der Wahnsinn. Der Wahnsinn. Da diese Teile hier. Das kenne ich jetzt nicht. Aber ja, so sieht es aus im Puppenhaus. Da drüben können wir noch mal kurz hin. Hier ist alles mit Pokémon. Yay. Pokémon, Pokémon. Und das ist das neue Schätzchen. Hallo, hallo. Hallo, bitte. Hallo, hallo. Ich wollte mich noch mal ganz kurz bei euch melden. Gestern Abend sind wir noch essen gewesen. Und wir waren super spät erst zu Hause. Ich glaube um 11 oder so. Wir haben nämlich eine Baustelle. Und das ist super ätzend, nach Frankfurt, beziehungsweise von Frankfurt nach Hause zu fahren. Deshalb melde ich mich jetzt ganz kurz. Gestern Abend war es noch richtig schön mit den Mädels. Wir haben lecker gegessen im Ikoi. Ich glaube, das ist Ninas Lieblingsrestaurant. Das war richtig schön. Wir haben tolle Gespräche noch geführt. Ich bin super dankbar, dass ich die Mädels etwas näher kennenlernen konnte. Ich kannte sie ja schon eine ganze Weile. Auch vom YouTube Space Event. Aber da hatten wir nicht so die Möglichkeit, andere Gespräche zu führen. Aber diesmal hat es ganz gut geklappt. Und da bin ich ganz, ganz glücklich. Die Jay, die ist super sympathisch. Die hat eine richtig coole Lache. Mit der habe ich mich ganz toll verstanden. Auch mit der Sandra, mit dem Heiko, mit der Hannah. Gut, die Nina, das ist ja eh mein Schatz. Das ist meine Freundin. Mit der verstehe ich mich natürlich super gut. Die kenne ich ja auch schon eine ganze Weile. Und das war insgesamt wirklich ein ganz, ganz tolles Event. Ich wollte mich auch noch ganz herzlich beim Nintendo Team bedanken. An dieser Stelle bei der Annemarie und bei der Silja. Sie haben ein ganz, ganz großes Lächeln auf das Gesicht meiner Kinder gezaubert. Und dafür bin ich sehr dankbar. Es war mal was anderes. Es war kein Beauty Event. Und dadurch, dass meine Kinder so glücklich dann auch auf dem Nachhauseweg waren, und jetzt auch hier zu Hause sprechen sie die ganze Zeit davon, ist das für mich wirklich so viel wert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, im Headquarter von Nintendo zu sein, wo ihre YouTube-Idole quasi auch schon waren. Paluten und so. Haben wir uns nämlich vorher noch angeschaut, die Videos. Da war Alessandro echt ganz stolz, dass er dann eben auch dort sein durfte. Und wie gesagt, dafür möchte ich mich nochmal ganz herzlich bedanken. Im Trubel ist übrigens auch untergegangen, dass es eine App gibt, die ihr übers Handy steuern könnt. Eine Kindersicherung ist es. Da gebt ihr eben die Zeit ein, wie lange eure Kinder an der Nintendo Switch spielen können. Und falls sie sich nicht dran halten, kommt erstmal eine Erinnerung. Und falls sie sie dann noch nicht ausgemacht haben, geht das Ganze auf Stand-by. Die Daten gehen nicht verloren, was ich natürlich sehr praktisch finde. Aber so eine Sicherung ist für uns Eltern nicht verkehrt. Wie gesagt, das ist noch untergegangen im Trubel. Das wollte ich euch auch noch sagen. Es waren übrigens auch noch zwei ganz liebe Bloggerinnen mit dabei. Wir waren ja vorher essen, habt ihr ja gesehen, in der Pizzerie. Das war so lecker. Und da konnten wir uns auch noch austauschen und kennenlernen. Das war auch richtig cool. Alle Kanäle verlinke ich euch mal unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei. Und ich verlinke euch auch mal die neuesten Nintendo-Videos, die es online zu schauen gibt, auf deren Kanal auch Mario Odyssey. Also den Trailer könnt ihr euch da anschauen. Richtig cool. Meine Kinder hatten richtig viel Spaß. Und dafür, wie gesagt, nochmal ein herzliches Dankeschön. Ich beende jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.